Weltweit feiern Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan. In den größten Teilen der muslimisch geprägten Welt beginnen die Feiertage am Freitag und dauern bis Sonntag. Beim Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr feiern die Muslime, dass sie die Anstrengungen gemeistert haben. Besonders beliebt sind Süßspeisen. Im Ramadan verzichten Gläubige von Anbruch des Tages bis zum Abend auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Das im Koran verankerte Fastengebot zählt zu den fünf Säulen des Islam. In Afghanistan haben die Taliban eine dreitägige Waffenruhe während des Festes angekündigt.